Mein Mann und ich haben uns entschlossen, eine größere Wohnung zu kaufen und sind vor vielen Jahren in die List gezogen. Es war eine Wohnung, wunderschön, aber in der dritten Etage, ohne Aufzug und wir mussten also alles alleine hochtragen. Und somit kam es, dass wir nach 15 Jahren aus der List ausziehen und uns das Leben erleichtern wollten. Wir beauftragten also eine Maklerfirma, die sich da rührend drum kümmerte und wir in ganz, ganz kurzer Zeit eine wunderschöne Wohnung in der Südstadt bekamen und wir daraufhin in eine Parterre-Wohnung einziehen konnten. Leider ist mein Mann nach einem Jahr verstorben und bis jetzt bin ich nun alleine hier und fühle mich aber weiterhin sehr, sehr wohl und bin dankbar und freue mich über jeden Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.